Wir gönnen uns eine Nachtruhe in der Taverne. Ja, erstmal zurückverkaufen. Jedenfalls Schmuck können wir bei ihm verkaufen. Schmuck und Edelsteine. So. Und rasten. Ja, der ist recht günstig. Den Umständen entsprechend halt. So. Jetzt können wir mal einen Blick werfen. In die Aufgaben. Ja, nur noch die Belagerung von Saradosch und das Problem mit Gromnyr. Kommen Unterköfte von Gromnyrs Wächtern. Die sind halt alle tot jetzt. Das heißt, wir gehen in den Untergrund. So, mal wieder Kanäle. Juhu. Aber vorher. Kurzschwert plus drei, wäre jetzt gedacht. Und nochmal so eine Shikati-Statue. Und das hier. Ist ein Feldhannisch plus eins. Also auch nutzlos. Den da können wir halt noch nicht identifizieren. Aber der ist nicht so schwer. Deswegen kann er gerade mal bei Airy bleiben. Ja. Belagerungspioniere der Dürger. Okay. Elite Orms. Oh, nochmal ist jemand gestorben. Yay. Noch mehr Belagerungspioniere. Ach herrje. Merkulose. Natürlich haben die Elite-Orocs. Heiträge dabei. Du hast einen Hammer dabei. Was ist mit dem Org? Jede Menge Zeug. Das sind Streitexte. Okay. Und das kann ich gleich selber identifizieren, dass das Beile plus eins sind. Die Immun da ruhig verschießen kann. Den Kriegshammer kann ich nicht identifizieren. Den Komposit-Langbogen dafür. Die beschlagene Niederrüstung nicht. Okay. Okay. Noch ein Erdkoloss. Okay. Wir schaffen uns halt wirklich nicht mehr, uns irgendwas anzutun. Und ja, ich gucke mir einfach alles in Ruhe hier an. Behalte euch, Narren. Die Schatten werden bald zurückkehren. Das ist eine gefährliche Arbeit, Org. Wenn wir zu rasch graben, stürzen uns doch die Decke ein. Die Agashore sollen ausreden nicht interessiert. Doch ich bin nicht daran interessiert, von Schatten in Fenster gerissen zu werden. Verbrennt doch in der Hölle. Was? Die Soldaten von Saratush haben uns entdeckt. Angriff. Ja. Und Schottenscheusade sind auch noch da unten. Ach du meine Güte. Nächstes Mal. Die Pflicht. Jawohl. Das Alte ist heute unserer Seite. Ermischt. Stahl. Ist mein. Okay, okay. Also hier lang. Meine Klinge wird euch schon zurecht stutzen. Mach mal den Elite-Org weg. Ich weiß. Schwarz mielen die Augen aus. Nicht. Die Wache ist zurecht. Oh, fein. So. Das war recht unschön. Das war recht unschön. So, ein bisschen hochheilen. Na, der Elite-Org war aber auch wieder toll bewaffnet mit zwei... Was sind das denn? Rutschwerter und plus zwei. Ach gut. Wieder solche Hämmer. Die wir nicht identifizieren können. So, Komposit-Langbögen und noch mehr Pfeile. So, ein Quick-Safe für alle Fälle. Ach ja, je. Oh, nö. Oh, nö. Ich hasse diese Pestwolken. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay. Ich bin schon ohne meine Funden schwach genug. Könnte mir hier meine gute Hand geben? Ach, Kittix. Okay. Euer Wunsch ist... Braucht ihr etwas? Ich wandte auf eurem Befehl. Die Dienerin der Natur. Die Dienerin der Natur. Achtet. Halte die Augen auf. Die Dienerin der Natur. Man kann schon wissen, was wir getan haben. Ja, Murmuss. Die Dienerin der Natur. Murmuss. Ich bin bereit. Die Dienerin der Natur. Murmuss. Keine größte Herausforderung. Okay. Da sich hier so unschön ein Magier versteckt, laufen wir lieber in die Elite-Aurok hier rein. Nun gut. So, wieder der Streitachs plus zwei. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Meine Klinge wird euch schon zurecht stürzen. Stift, Kreatur. Und nähere die Ehe. Erwischt! Oh, den Magiers ist, äh, ist die Magie ausgegangen, ne? Zeit aufzubrechen. Soviel zu dem. Oh, er hat... Ja, Hira... ins Labyrinth gesteckt. Jetzt dürfen wir erst mal warten, bis er hier aus dem Labyrinth zurück ist. Den haben wir schon geblündert. Gut. Und den da? Den noch nicht. Ey, ein Zauberauslöser. Äh, ja. Ja, Hira ist immer noch weg. Den Zauberauslöser hätte ich allerdings gerne. Mit Hilfe des Zaubers kann der Magier 3 Zauber der sechsten oder einen niedrigen Grade simultan wirken. Die der Zauber werden ausgelöst, indem sie auf die Schaltfläche für besondere Fähigkeiten klingen. Es kann immer nur ein Zauberauslöser gleichzeitig aktiv sein. Sobald der Zauberauslöser eingesetzt wurde, verschwindet die Schaltfläche wieder. Jo. Das ist also besserer Kettenzauber. Und den würde ich auch gerne gleich mal reinpacken. Wo war der nochmal? Ach Mist, das ist ein Stufe 8 Teil. Ja, sobald sie Stufe 8 kann. Ach, sie könnte schon Stufe 8, aber da habe ich ja schon abscheuliche Austrocknung reingepackt. Fragt nur. Ah, ist ja hier raus und Labyrinth zurück. Wenn ihr es wollt. So, nach Sarah Dusch können wir hier... Ihr müsst eure... Also hier können wir die Kandestation wieder verlassen. Landen hier oben. Unten ist es aber gerade gemütlicher. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Eigentlich könnte ich ja Zauberauslöser benutzen. Gerade mittelschwere Wunden heilen. Und sollte Tränke wirklich eher für Kämpfe aufheben. Tag. Hier hat noch ein Belagerungspionier. Der ist jetzt auch hinüber. So, hier ist eine Geheimtür auf jeden Fall. Da sind wieder Schatten. Ach Gott, Lebenskraftentzug. Na. Bis zum nächsten Mal. someбl